Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 14.04.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 987. Heute mit den folgenden Themen für euch. Kuratierte Listen. Flock, DJI, Apple, Domino 6000 und Surface Laptop 4. Letzteres hat der fleissige Hörer vom Daily-Format sicherlich schon mitbekommen. Aber beginnen wir ganz vorne. Spotify und warum man keine kuratierten Listen anhören sollte. Bei den kuratierten Listen von Spotify selber sind nämlich meistens die Songs drin, die eh jeder hört. Fleissig hört, die man auch überall in diesem Radio und so weiter mitbekommt. Und somit halt eben immer das Gleiche durch die Ohren laufen lässt. Und somit auch immer die gleichen reich werden lässt. Das heisst, die Kleinkünstler, die Indie-Bands, die Indie-Künstler etc. Die haben das Nachsehen, weil die selten auf so einer Liste landen. Und das ist wirklich schade. Deshalb rate nicht nur ich, sondern eben auch unter anderem jetzt T3N und viele andere davon ab, diese vorgefertigten Playlisten anzuhören. Ein paar weitere Zahlen, was das Ganze für die einzelnen Künstler macht, könnt ihr nachlesen. Der Link ist hinterlegt auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann kommen gleich zwei neue Neuigkeiten zu diesem neuen Vlog. F-L-O-C. Der Cookie-Nachfolger. Das Cookie ist ja tot und lang lebe Vlog. Ich hoffe nicht, aber eben irgendwas müssen wir da haben. Zum Ersten hat jetzt DuckDuckGo ausgesagt, dass sie das Ganze deaktivieren werden. Im Gegensatz zu Google, die fleissig Daten sammeln, geht ja bei DuckDuckGo das Ganze in die andere Richtung. Und man macht eben genau das Gegenteil. Man sammelt keine Daten und hilft dem Kunden so. Ähnlich wie ihr hier im Podcast-Format und in meinen Blogs ja auch keine Tracking-Funktionen etc. drin findet, aus genannten Gründen. Und ja, warum tun sie das? Ja, weil Google ziemlich halt eben evil ist, wie sie sagen. Denn zum Beispiel für Chrome-Nutzer, nicht alle, aber für gewisse Chrome-Nutzer, ist dieses Vlog schon aktiviert. Und zwar ohne, dass der Nutzer gefragt wurde. Und das ist natürlich ein Ding, was überhaupt nicht geht. Wer nicht von Chrome abgehen kann, also wer da gefangen ist wegen den ganzen Plugins etc., der soll wenigstens, so DuckDuckGo, das Erweiterungs-Plugin von DuckDuckGo installieren und das richtig konfigurieren, sodass eben dieses Vlog nicht funktioniert. Oder eben umsteigen auf andere, bessere, interessantere Browser. Einer dieser könnte zum Beispiel Brave sein, denn die haben auch ausgesagt, sie werden Vlog deaktivieren, weil Google damit den Browser-Verlauf ausliest, was ihr so euch ersurft und dann aufgrund von euren Daten und den Daten von anderen Profile erstellt, nicht auf einzelne Personen, aber auf Schwärme und euch dann mit anderen Leuten in den Topf schmeisst. Das ist wie wenn man gegen Covid demonstrieren geht und da per Zufall noch Nazis rumlaufen. Nee, gerade so schlimm natürlich nicht, aber das sollte man auch nicht tun. Beides nicht. Also, DJI am 15. April, das heisst in zwei Tagen ist es schon soweit, dann wird was bekannt gegeben. Mach dich bereit für die 1, heisst es. In den Gerüchten ist schon länger die DJI Air 2S im Thema drin. Das soll so eine Mittelklasse-Drohne zwischen dem kleinsten und eben den High-End-Modellen sein. Um die 600 Gramm, 8 GB integrierter Speicher, 20 Megapixel Kamera und noch ein paar andere Dinge. Was es dann genau ist, das werden wir dann sehen. Zu viel der Gerüchte. Und auch da möchte ich nicht weiter reingehen, denn willkommen zum nächsten Event, also fünf Tage später. Apple lädt jetzt offiziell ein am 20. April zum Spring Loaded. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am besten in den Shownotes mal auf den Link klicken. Da haben wir den direkten Link zum Apple-Event auf der Apple-Webseite. Und da könnt ihr das animierte Logo als AR auf, wo auch ihr immer hin daddeln möchtet, draufzauben. Unbedingt mal ausprobieren. Lustige Spielerei, wie immer, dieses AR-Zeugs noch. Domino, das ist eine Pizza-Kette. Ja doch, Pizza-Kette, unter anderem in den Staaten. Und die liefern jetzt in Houston, das ist da, wo die Raketen starten, in den Staaten, jetzt mit einem Roboter aus. Nicht alle, sondern einfach mal testweise fahrt ein R2-Roboter von Nuro durch die Gegend und liefert Pizza aus. Ja, der Kunde muss dann nur noch, und das finde ich ein bisschen weniger schön, auf dem Display den Code eingeben. Und dann wird das Ganze geöffnet und die Pizza kann man rausnehmen. Schöner wäre es natürlich, wenn das irgendwie wie ein NFC oder irgendwas funktionieren würde, sodass man das Auto und das Touch-Feld nicht anfassen müsste. Wir haben ja immer noch dieses Corona-Zeugs, was nicht ganz so schlau ist in dem Fall. Aber ja, mal schauen, ob es da weitere Entwicklungen gibt. Weitere Entwicklungen gibt es auch bei AVM. Ein Fritz Repeater wurde ein neuer vorgestellt. Ich bin ein grosser, bekennender Fan vom Fritz Repeater 3000, der unseren zwei kleinen Mädels Internet ins Zimmer gebracht hat und auch im vorderen Teil der Wohnung. Und der hat jetzt einen grösseren Bruder bekommen, nämlich den Fritz Repeater 6000. Kann theoretisch bis zu 6 GB Daten durchschleusen über Ethernet und über WLAN kombiniert, also sprich über die ganzen Möglichkeiten, drei Antennen mit jeweils umgekehrt. Doch, drei Funkeinheiten mit jeweils oder insgesamt zwölf Antennen. Jetzt habe ich es, genau. Alle anderen Daten auch dazu in den Shownotes verlinkt zum Nachlesen. Ich freue mich schon darauf. Zumindest in Deutschland kommt er im Mai diesen Jahres auf den Markt und ich hoffe, die Schweiz ist da auch mit dabei und natürlich Österreich. Und zu guter Letzt für eben diejenigen, die es verpasst haben oder noch nicht gehört haben. Es gab seit gestern Morgen noch eine zweite Daily, nämlich die 87. Da habe ich über die neuesten Microsoft News berichtet, das Surface Laptop 4, Headsets und was sie noch alles vorgestellt haben. Das könnt ihr am besten in der Folge nachhören. Das wiederhole ich jetzt hier nicht mehr. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.